Abrakadabra, sprich jetzt Deutsch! Juhu, jetzt spreche ich Deutsch! Die Hallo Deutsch Schule bietet in Zürich zentral gelegen, qualitativ hochstehenden Deutschunterricht. Mit kompetenten Lehrer und Lehrerinnen und modern ausgestatteten Kursräumen bietet die Hallo Deutsch Schule zeitgemäßen Unterricht für Erwachsene aller Herkunftsländer. In der Hallo Deutsch Schule sprechen wir viel und machen Spiele. Das macht Spaß und ist immer lustig. So bleibt der Unterricht abwechslungsreich und interessant. Wir haben immer viel zu lachen. Unser Team besteht aus kompetenten und motivierten Deutschlehrern, die seit vielen Jahren Deutsch unterrichten. Gelernt wird mit Hilfe von Videos sowie audiovisuellen und interaktiven Deutschübungen. In der Klasse sind wir alle etwa gleich gut. Das hilft mir beim Lernen und gibt mir ein gutes Gefühl. Bei Fragen kann ich auch andere Lernende fragen und wir können in der Freizeit weiter zusammen lernen. Als lizenziertes TELK-Prüfungszentrum bietet die Hallo Deutsch Schule für die Wirtschaft wichtige Zertifikate an und bereitet die Teilnehmenden professionell auf die Tests vor. Wir wurden in der Hallo Deutsch Schule sehr gut auf unsere TELK- oder Goethe-Prüfungen vorbereitet. Wir Lehrer und Lehrerinnen der Hallo Deutsch Schule unterrichten schon seit vielen Jahren und wissen die Antworten auf deine Fragen. Es macht uns immer wieder Freude, wenn wir unsere Klassenräume betreten, weil auch wir immer viel aus allen Kulturen lernen können. Hast du grammatische Fragen? Möchtest du deine Konversation trainieren und deinen Wortschatz verbessern? Wir helfen dir dabei, dass du in deinem Niveau gute und nachhaltige Fortschritte machst. Lernende können auf unserer Homepage kostenlos Übungen, interaktive Deutsch-Lernspiele und deutsche Aussprachetrainings herunterladen, damit sie auch zu Hause oder unterwegs lernen können. Es hilft ihnen, schnellere Fortschritte zu machen, mehr Worte zu kennen und auch korrekt anzuwenden. Wir organisieren allmonatlich einen Ausflug, bei dem wir die Region Zürich erkunden, sowie des öfteren Film- und Fußballabende. Nehmen Sie mit Ihren Klassenkameraden an diesen Aktivitäten teil und machen Sie Freunde. Die Bücher der Hallo Deutschschule zeigen viele spannende Themen, auch über die Schweiz und ihre kulturellen Eigenheiten. Die Bücher sind schön gemacht und haben praktische Übungen für zu Hause und in der Schule. Bei der Hallo Deutschschule gibt es tägliche Intensivkurse bereits ab 490 Franken pro Monat. Semi-Intensivkurse sogar schon ab 270 Franken für fünf Wochen. Wir an der Rezeption sprechen viele Sprachen und können dir sicher alles so erklären, dass du es verstehst. Hallo Deutschschule! Deutsch lernen mit Spaß. Buche jetzt deinen Gratis-Einstufungstest und deine Probelektion.